Leute, es ist offiziell. Der DOS Floor 2 Full Trailer ist jetzt online. Komplett. Es ist 27 auf den Trends, also ist krass. Vor einem Tag ist er erschienen und die Kommentare sind voll. Egal, wir gehen da mal rein und lasst ein Like und ein Abo daumen und let's go. Ja, für manche die es nicht wissen, das sind The Mines. Also, naja, ihr wisst doch, was ich habe. Boah, das sieht so cool hier alles aus. Also, ja gut. Das ist crazy. War da gerade Eis am Teleportieren irgendwie? Ich glaube, das habe ich schon abgeholt. Mal gucken. Okay, hin, ah, okay. Wurde wahrscheinlich dann das neue Ende sein. DOS Floor 2 und The Mines. Oh mein Gott, ist hier... Nein. Nein, 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 nein. Das kann hier... Oh mein Gott, das ist gar nicht mal so weit hergeholt. Das ist sogar relativ bald, sag ich mal. Okay, das ist krass, das ist cool. Was? Es wird ein neues Monster ergeben. Ein Armmonster? Okay. Was sagen denn die... Erstmal ein Like da lassen. Was sagen denn die Kommentare? Ja, ja, ich dachte mir auch so, ja, ihr seht es ja hier, dieser Nachricht vom Januar 2024 wollte der Bro, wollte der Pro, wollte der Alice Splash, ja, ja, mein Herz empfassend. Ja, ja, gut. Ähm... Hat das irgendeine Zahl zu bedeuten? Kann sein, muss nicht. Na ja, Leute, wenn ihr euch das angucken wollt, dann... ... sucht ihr oben einfach bei... nach Alice Splash, ähm, hier... Keine Ahnung, wie man sich richtig ausspricht. Und dann findet man das direkt hier oder halt in den Triff. Na ja, Leute. Ich glaube, wenn ihr euch das selber angucken wollt, ähm... ... dann macht das ruhig. Und dann würde ich sagen, tschau tschau. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020